Wegen der Grossveranstaltung «Tanz am See» auf dem Feldbachareal sind die Fischerkitze am Samstag, am 23. Juni an Klosen in Berlingen ausgewichen. Auf dem Programm stand damals Aalfische. Der Aal wurde im laufenden Jahr 2018 in der Schweiz zum Fisch des Jahres geführt. Rund 20 Fischerkitze, einige Fachleute vom Fischerverein Untersee und viele Geschwister und Eltern waren in der Klose nahe zu treffen. Rund 20 Fischerkitze Rund 20 Fischerkitze einmal in Deutschlandwork. Eindrücklich, wie die Quatsch sind bis 19 ago gar nicht. Oh, Celtico! Geil! Geil! Echt groß! Geil leche bien am ourselves! Hände! Hey! Hände ab! Achtung! Ja, ja, beide Hände! Kommt auf! Kommt auf! Kommt auf! Kommt auf! Kommt auf! Schau dich an! Ja, super! Kommt auf! Nach dem Fischen hat es dann auch vor allem die Grillsachen gegeben. Einmal mehr einen tollen Anlass für die Fischer Kids, die Jugendorganisation vom Fischenverein Untersee. Aber auch alle anderen Anweisenden hatten den Applausch.